Es ist wichtig, dass die Systemkupplungen waagerecht oder senkrecht nach unten montiert werden, um mögliche Verschmutzung zu vermeiden. Auch sollen die Systemkupplungen so montiert werden, dass es ausreichend Platz gibt, um die Schläuche des Plexo-Prüfgeräts anzuschliessen. Und letztendlich, die BDA06 Systemkupplung soll mit dem Pfeil, der an der Unterseite eingraviert ist, in Richtung der Gasfluss und in Richtung des zu testenden Systems zeigen, in diesem Fall nach oben. Es gibt drei unterschiedliche Systemkupplungen, die BDA05, die BDA06 und die BDA06. Die BDA05 ist für den Eingangsdruck, die BDA06 ist für den Ausgangsdruck, der BDA06 ist für die Messleitung des Sicherheitsabsperrventils. Die Systemkupplungen können angeschlossen werden über eine Hermeto-Schneidringkupplung. Beim Anschliessen der Kupplungen soll kein Abdichtungsband verwendet werden. An der Unterseite der BDA06 Systemkupplung ist ein Pfeil eingraviert. An der Unterseiteiten der BDA06 Systemkupplung ist ein Pfeil eingraviert. An der Unterseiteiten der BDA06 Systemkupplung ist ein Pfeil eingraviert.